2. 4. 4. 5. 5. 6. 9. 11. 11. 12. 13. 14. 14. 14. 14. 16. 16. 20. 16. 17. 15. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 23. alles wie mit der Schrotz. Irgendwie habe ich damit gerechnet. So. Jaja, pass. Schau. So. Geld, Geld. Ähm. Du kannst jetzt nicht mischen. Automatisch, ne? 30, 30. Wie viel Schaden haben wir, bitte? Gib mir einen Herb. Use this. Use this. I need ammo. Use this. Danke. Ja. Gut. Dann. Geht's da weiter. Gut. 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 Ich hab' mir auch wieder gegen den Bowen geschossen. Oh. Da hinten sind noch Kisten. Wenn nur Gold drin ist. Okay, zum nächsten Mal. Okay, zum nächsten Mal. Nice. So. Oh, da ist schon wieder Trettenstück. Ah. Ah, da haben wir noch ein wenig Geld. Genau, das würde ich immer mitnehmen. Das ist okay. Okay, dann geht's hier wieder. Okay, dann geht's weiter. Wasker. Wasker. Was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was? Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh-oh. Nachdem die einen fairen Angriff haben unter Anführungszeichen, ist bei denen auch was gescheit dass du die mit der Pistole angreifst. Löwenherz und Kommunikation für unsere Partnerin. Alter warum immer hier? Ja ja. 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 Oh. Was ist noch was? Nein. Okay. Oh. Der explodiert, clever. Okay. Zumindest, oh. Zumindest da keine Gegner. Das nehme ich zurück. Oh oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ich wollte euch das, wie sollen wir das jetzt noch mitnehmen? Oh, das wollte ich dir geben. Das wollte ich dir geben. So, und dann schnell weiter. Ja, da hinten, Santi. Okay, gläntert mir nach oben. Ja, ja. Jetzt weiß ich übrigens auch, warum man jetzt auf einmal kugelsichere Besten kaufen kann. Oh, Magno-Munition. Rechts mal. Na. 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 Gut, ähm... Okay, das dürfte ja Blendengranaten gewesen sein. Und das dürfte ja gewesen sein. Ah, jetzt hat er noch was gedroppt. Die Frage ist jetzt... Ja, wir müssen wahrscheinlich irgendwie über die Kissen da drüber springen. Aber... Achso, okay, so geht das. Ähm... Gehen wir mal da hinten rein. Und dann wahrscheinlich da wieder auf. Ja. So, was kann man da machen? Du gehst einfach mal einen Hebel rufen. Kein Ding, was da bewirkt. Ah, da... Okay. Gut. Brauchen wir das eh nicht mehr. So, dann haben wir noch ein bisschen Gold. Und da geht's weiter. Oh, oh. Da höre ich schon wieder Gegner. Oh. Bauen wir kurz Zeit. Schaut nicht so aus. Will ich mich kurz... ...das machen. Und das machen. Damit wir das kombinieren können. Das würde ich ja wieder geben. Ups. Das wird ja auch wieder. In 2000 Schmaß. Passt.